Nie mehr Schule. Dafür der Empfang der rund 500 ausgezeichneten Maturantinnen und Maturanten der Steiermark durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in der Aula der Alten Universität. Der Tipp des Landeschefs? Das zu machen, was ihren Neigungen entspricht und nicht das, was die Statistik über die Arbeitsplatzentwicklung sagt. Also, dein Lieblingsfach bitte? Spanisch eindeutig. Sport. Biologie. Buchhaltung. Deutsch. Fertigungstechnik und Wirtschaft. Rechnungswesen. Fachspezifische Softwaretechnik. Und, wie fühlst du dich jetzt? Muy bien, tengo mucho tiempo libre. Erleichtert. Super gut. Sehr befreiend. Sehr gut. Unfassbar. Ich bin als Landeshauptmann ganz stolz darauf, dass wir wieder so viele ausgezeichnete Maturanten haben. Was hast du jetzt erstmal vor? Voy a ir al campo de los Scouts y después a las vacaciones de mi graduación y a Guatemala. Die nächsten Monate Ferialarbeiten. Drei Wochen auf Maturareise. Corfu pflege. Ich fange jetzt nächste Woche schon zum Arbeiten an in einem Büro. Die Wünsche für unsere Maturantinnen und Maturanten bitte. Weiter fleißig sein, motiviert sein, sich in der Welt ein bisschen umzusehen. Dass sie ihren Weg finden, der zu ihnen passt, der zu ihren Neigungen passt, zu ihrer Persönlichkeit passt, der ihren Zielen entspricht. Dass sie ein bisschen Glück auch haben, neben der Leistungsbereitschaft, der Neugierigkeit, die ein ganzes Leben da sein muss. Ein bisschen Glück, um ein gelingendes Leben zustande zu bringen. Und jetzt wirklich Schulschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017